Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ermittlungen gegen die Familie Schumacher wegen Erpressung Bericht über die Familie Schumacher Der Fall Schumacher sorgt erneut für Schlagzeilen. Die angesehene Formel-1-Familie befindet sich derzeit in einer schweren Krise. Angebliche Erpressungen und damit verbundene Festnahmen haben die Öffentlichkeit in Aufruhr versetzt. Die Stadlichen Ermittler in Wuppertal are with high pressure involved in this sensational case. It is assumed that the Schumacher family has become the target of a sophisticated extortion attempt, which was prevented by the quick reaction of the authorities. According to reports from various news sources, such as the Süddeutsche Zeitung and regional newspapers, the police in the Wuppertal area have arrested several individuals who are suspected of extorting the family of former Formula One World Champion Michael Schumacher. Die Täter sollen versucht haben, die Familie durch Drohungen und die Forderung nach erheblichen Geldsummen in Angst zu versetzen. Dies war möglicherweise durch den verletzungsbedingten Rückzug Schumachers und die damit verbundenen emotionalen und wirtschaftlichen Umstände begünstigt. Die Hintergründe der Erpressung reichen bis ins Jahr 2023 zurück, als Schumacher weiterhin unter den Folgen seines schweren Skiunfalls von 2013 litt. Diese Situation führte dazu, dass die Familie verständlicherweise besonders verletzlich war. Die Täter sollen versucht haben, dies auszunutzen, was eine schnelle Reaktion der Ermittler unvermeidlich machte. Die Polizei in Wuppertal hat umgehend eine Sondereinheit eingesetzt, um die Bedrohungslage zu analysieren und entschärfen. Diese Maßnahmen haben bereits zu ersten Festnahmen geführt. Der genaue Motivationshintergrund der Täter ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Quellen in der Nähe der Familie betonen jedoch, dass die Täter sich der allgemeinen Schwäche von Michael Schumacher und der daraus resultierenden Schutzbedürftigkeit seiner Familie bewusst gewesen sein müssen. Die Forderungen, die an die Familie gestellt wurden, sind bisher nicht öffentlich gemacht worden. Es wird jedoch spekuliert, dass es sich um Millionenbeträge gehandelt haben könnte. Die Maßnahmen der Polizei beinhalteten nach Augenzeugenberichten auch Durchsuchungen zahlreicher Anwesen und die Beschlagnahmung von umfangreichem Beweismaterial. Neben der Sondereinheit sollen auch internationale Verbindungen seitens der Ermittler genutzt worden sein, da eine mögliche Ausdehnung der Erpressungsversuche ins Ausland nicht ausgeschlossen wird. Die Festnahmen erfolgten kurz und prägnant am frühen Morgen, was auf eine gut durchdachte und koordinierte Aktion hinweist. Corinna Schumacher, the wife of Michael, expressed deep concern, but also relief, about the swift intervention of the police in a brief statement to the press. The family is deeply shaken by the events, but also grateful for the support and professionalism of the investigators. However, she requested that the family's privacy continue to be respected and that no further speculation be made. Die Ermittler blieben zunächst zurückhaltend mit weiteren Informationen, doch betonten sie die Notwendigkeit, rasch und effizient gegen derartige kriminelle Machenschaften vorzugehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Täter Menschen ausnutzen, die sich ohnehin in einer schwierigen Lebenssituation befinden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Untersuchungen und die Auswertung der sichergestellten Beweise seien noch nicht abgeschlossen. Man erwarte jedoch in naher Zukunft weitere Festnahmen und Durchbrüche in diesem Fall. Unterdessen zeigen sich auch Fans und Unterstützer der Schumacher-Familie bestürzt über die jüngsten Entwicklungen. Viele äußerten in sozialen Medien ihre Solidarität und ihren Wunsch, dass die Familie möglichst schnell wieder Ruhe und Sicherheit finden möge. Der Fall zeigt einmal mehr, wie eng oft persönlicher Erfolg und öffentliche Angreifbarkeit beieinander liegen, zumal wenn es sich um eine so prominente Familie wie die der Schumachers handelt. Es bleibt zu hoffen, dass die rechtlichen Schritte gegen die mutmaßlichen Erpresser zügig und wirksam durchgeführt werden, damit die Schumacher-Familie zur Normalität zurückkehren kann. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wird jedenfalls weiterhin auf diesem brisanten Fall ruhen und man darf gespannt sein, wie die nächsten Schritte seitens der Ermittler und der Justiz aussehen werden. Anita Farke, Donnerstag, Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören, PI meters hoch und die Religion Bye fürs Zuhören